Eibel Service ist ein familiengeführtes Handwerksunternehmen in der vierten Generation mit Sitz in Kerpen. Der Meisterbetrieb ist Ihr Partner, wenn es um mehr Lebensqualität und Sicherheit in Ihrem Eigenheim geht. Für die Sicherheit Ihrer eigenen vier Wände bietet Eibel Service ein vielfältiges Türenprogramm an. Sicherheitstüren mit technischer Präzision und Qualität. Sie wählen selbst aus, ob mit individuellem Fingerscan, Türblätter in 3D-Optik oder Schlösser mit 3- bis 7-fach Verriegelung. Für jedes Budget die richtige Tür. Kein Zutritt für Einbrecher. Wer wünscht sich das nicht für sein Eigentum? Wenn der Einbrecher schon keinen Fuß in die Tür bekommt, dann muss ihm auch der Einstieg durch die Fenster verwehrt bleiben. Eibel Service ist als Errichterunternehmen für mechanische Sicherungseinrichtungen beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen gelistet. Beim Einbau von Türen, Fenstern und Rollläden gilt höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandard. Sicher, aber auch energieeffizient. Wärmeschutz ist ein wichtiger Faktor für das Wohlfühlen in Ihrem Zuhause. Häussliche Lebensqualität liegt Eibel Service ebenso am Herzen. Warum kein zusätzliches Raumangebot schaffen? Zum Beispiel eine Terrasse mit Überdachung aus Aluminium und Glas. Sie schützt vor Regen oder spendet Schatten. Oder einen Raum, in dem Sie die vier Jahreszeiten intensiv erleben. Mit einem Wintergarten verschmelzen innen und außen. Natur ganz nah. Urlaub das ganze Jahr. Wohnkultur der gehobenen Klasse. Im Hause Eibel bedeutet Service allumfassend von der kostenlosen Beratung über die exakte Planung bis zur fachgerechten Montage. Die Montage realisieren ausschliesslich unsere geschulten Mitarbeiter. Wenn Sie mehr Sicherheit und Lebensqualität zu fairen Preisen wünschen, dann sprechen Sie mit uns.